Enttäuschung für alle, Bares für Rares, Fans Das ZDF hat die Trödelshow für mehrere Tage aus dem Programm gestrichen. Für viele ZDF-Zuschauer gehört, Bares für Rares, zum täglichen Pflichtprogramm. Schließlich bringen die Kandidaten immer wieder neue Schätze zu Moderator Horst Lichter und der illustren Runde aus Experten und Händlern. Bares für Rares, wird also nie langweilig. Doch wer sich diese Woche auf den ZDF-Klassiker gefreut hat, muss mit einer Enttäuschung rechnen. Statt der Trödelshow gibt es am Mittwoch-, Donnerstag- und Freitagmittag Sport im Programm. Bares für Rares, tagelang aus TV-Programm gestrichen Normalerweise ist für viele ZDF-Zuschauer montags bis freitags um 15.05 Uhr, Bares für Rares, Zeit. 55 Minuten lang können Fans Moderator Horst Lichter, den Experten um Heide Rezepa Zabel und den Händlern um Fabian Kahl beim Entdecken, Falschen und Bieten zu sehen. Diese Woche ist allerdings alles anders. Nachdem, Bares für Rares, noch am Montag und Dienstag regulär im TV lief, bringt das ZDF am Mittwoch, 10. Januar, ein anderes Programm. So läuft ab 14.05 Uhr bis 16 Uhr der Biathlon-Weltcup der Frauen über 4x6 Kilometer, live übertragen aus Ropolding in Bayern. Moderiert wird das Ganze von Alexander Ruder, der deutsche Biathlet Sven Fischer kommentiert als Experte. Bares für Rares, fällt die ganze restliche Woche aus. Am Donnerstag, 11. Januar, zeigt sich beim Blick ins TV-Programm ein ähnliches Bild. Von 14.05 Uhr bis 16 Uhr zeigt das ZDF den Biathlon-Weltcup der Herren über 4x7,5 Kilometer, Bares für Rares, entfällt ersatzlos. Das Sport-Event wird wie am Vortag live aus Ropolding übertragen und von Alexander Ruder moderiert, dem Sven Fischer als Experte zur Seite steht. Am Freitag, 12. Januar, wird Bares für Rares, ebenfalls vom Biathlon-Weltcup ersetzt. Diesmal geht es um 7,5 Kilometer Sprint der Frauen. Wer in den nächsten Tagen dennoch nicht auf die ZDF-Show verzichten möchte, kann sich bereits ausgestrahlte Folgen in der ZDF-Mediathek anschauen.